Als ich jemanden wunderte, ich mache nebenbei glas Zigaretten. Ich meine, ich werde einen anstehen. Wo ist denn schon wieder mein Aschenbecher, Leute? Wer hat mein Aschenbecher versteckt? So geil, was ich zu dem Lied schon gebankt habe. So geil, so geil. Das dritte Bier? Das fünfte. Ja, das fünfte. Ich habe jetzt auch bloß noch... Mit dem, das ich jetzt angefangen habe, habe ich noch vier Flaschen. Der Rest ist dann leer. Das ist immer noch Gaszeit leer. Das ist wieder Gaszeit leer. Ich trinke bloß Gaszeit leer, weil ich habe bloß einen Kasten davon da. Was ich jetzt in den letzten Tagen immer geschlossen habe, das waren immer die Flaschen aus dem Kasten. Ich habe bloß zwei Kästen jetzt vielleicht in den Monat gehabt. Dann sind jetzt der zweite Kasten. Du bekommst 10.000 Euro, wenn du dir einen runterholst. Cool, dann werde ich mir heute Abend, wenn das... Dann werde ich mir, bevor ich ins Bett gehe, noch einen runterholen. Wann bringst du das Geld vorbei? Also das ist nicht schlecht. Bekomme ich auch 20.000 Euro, wenn ich mir das Wandel runterhole? Aber vor Kamera. Da habe ich noch ein Video auf dem Rechner, fällt mir gerade auf. Im Stream werde ich mir sicher keinen runterholen, weil das ist eine Plattform für Jugendliche. Aber ich habe noch ein Video auf dem Rechner. Also habe ich mir einen runtergeholt. Vor der Kamera. Der eine wollte, dass ich... Er wollte mir 10.000 Euro bezahlen, dass ich mir einen runterhole. Das ist vor der Kamera. Ich habe ein Video auf dem Rechner, wo das beweist, dass ich mir einen vor der Kamera runtergeholt habe. Also kriege ich 10.000 Euro. Servus Abby. Was hast du meinen NRW vor, Abby? Leute, hab mal ein paar Likes raus. Das wäre mal voll nice, ey. Ganz gut Haare schneiden. Was geht? Meine Schultern. Meine Schultern sind so breit wie immer. Ich habe von Natur aus schon breite Schultern. Lügenlot. Ja, herzlichen Glückwunsch und Spasti. Wusste ich davon vornherein, dass du ein Spackhof bist. Und eine arme, arme Lusche. Du arme Drecksau. Das ist mir echt leid. Mein Mitgefühl hast du. Seit gestern ziehst du aus wie ein dicker 15-jähriger. Wie gut, dass ich 26 bin und dick bin. An meiner Homepage mache ich aktuell überhaupt nichts. Weil ich keine Zeit dafür habe aktuell. Seit wann ich rauche? Seit ich 6 Jahre alt bin etwa. Drache, mit Bart siehst du besser aus. Danke der Nachfrage. Oder der Aussage. Cooler Haarschnitt. Dankeschön. Selber gemacht. Ich war nicht beim Friseur. Die habe ich selber geschnitten. Gestern Abend, mitten in der Nacht. Das sieht man auch. Ich habe mich total verschnitten hier. Aber ich mag das so. Es ist ein bisschen wüst. So soll es sein. Mir gefällt es. Sehr witzig, Cora. Von wegen Night Fisch. Night Fisch. Als ob ich mich unterkriegen lasse, Leute. Seit 2 Jahren mache ich das. Wenn ich mich jetzt noch unterkriegen lasse, dann bin ich echt der dämliche Depp. Und ich bin vieles. Aber dämlicher Depp bin ich sicher nicht. Ja, ja. Disexuelle Männer können auch Flöte spielen. Ich habe kein Pferd. Das Pferd gehört meiner Mutter. Wie oft soll ich das noch sagen, Leute? Ich reite überhaupt nicht. Das Pferd, was meine Mutter hat, ist ein Zugpferd. Ich sage euch was. Wenn ihr noch 1000 Likes zusammenbekommen, dann bleibe ich noch 4 Lieder länger. Aber dafür müsst ihr 1000 Likes zusammenbekommen. Dann müsst ihr schön fett liken dafür. Ansonsten bin ich nach dem nächsten Lied weg. Like geil. Und das sagt jemand, der selber 20 Level hat. Kollege, ich habe über 5000 Abos. Äh, über 5000 Dinge. Normalerweise sind 5000 Abos, äh 5000. Normalerweise sind das gar kein Thema. So verwöhnt bist du. Verwöhnt. Du hast ja keine Ahnung, was andere Junower sind, Alter. Es zwingt euch niemand zu liken. Wenn ihr nicht liken wollt, lasst es. Braucht nicht immer sagen, like geil, like geil. Ich bin Junower. Ich verdiene mit Likes und ich verdiene mit dem Zeug meine Kohle. Klar bin ich da like geil. Das hat nichts mit like geil zu tun. Das ist mein Job, Mann. Wenn irgendjemand, äh, jetzt bei einem Burger arbeitet oder was. Und dann sage ich hier. Äh, ja, ich hätte gern den und den Burger. Dann sagt der, ja, das kostet 5,20 Euro oder was. Dann sage ich auch nicht, du bist Geld geil. Weil er das Geld von mir will. Das ist sein Job. Der hat das Geld zu verlangen. Basta. Und Likes, durch Likes verdiene ich nun mal meine Kohle, Leute. Also bin ich in dem Sinne like geil, ja. Und? Auf YouTube bin ich nicht geil. Durch mein Geld von Kohle. Das ist genauso, wenn ihr in den Laden irgendwas könnt. Und sagen die, das ist so und so viel. Und dann sagt ihr, boah, ihr seid ja voll Geld geil. Das ist gar nicht wirklich Quatsch, ey. Immer nicht der Kindergarten, ey. Und in der letzten Zeit sind die Leute ein bisschen like faul bei mir. Ich mein, Abby verlangt ihr mit Sicherheit auch in ihren Streams ab und zu mal Likes, oder? Das Lied bekommt ihr noch und dann bin ich weg. Weil es sonst hinterher heißt, ja, bist du voll, äh, bist du voll like geil. Dann bekommt ihr eben noch ein Lied. Achtung, quietsch. Hört man halt nachti. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und das nicht zu vergessen. Metal on. Tschüss. Mir geht's gut, dank der Nachfrage. So, mal ein bisschen neue Musik auf dem Rechner ziehen. Es wird schon lange mal Zeit. Holst du dir Black Ops 3? Ich hol mir überhaupt kein COD, weil ich COD seit dem COD 2 schon nochmal spiele. Hast grad schon gegessen? Na ja, ich hab heute bloß zwei Brote gegessen. Du findest es nur deswegen nicht gut, dass ich meine Abozahlen verheimliche, weil du kein Fan, sondern ein Hater bist, Kollege. Meinen Fans ist das egal, weil die Abozahlen null interessieren. Es geht nicht um die Abozahlen. Es geht um die Klickzahlen. Und die Klickzahlen sieht man. Die könnte ich natürlich auch verbergen, wenn ich wollte. Was findest du feige von mir? Dann halt mich doch für feige. Glaubst du, ich hab's nötig, dass du mich für mutig hältst? Glaubst du, dass Regenbogenschaf mutig ist, das Feigestück Scheiße? Alter, ernsthaft. Er hält mich für feige. Das müsst ihr euch mal geben. Er hält mich für feige. Ich sitze selber vor der Kamera. Regenbogenschaf hält es nicht für nötig, sich vor die Kamera zu zeigen, das Feigestück Scheiße. Aber ich bin feige. Junge, ich hab wahrscheinlich mehr Eier in der Hose, als du und alle Hater zusammen. Und das ist nicht einmal überraschend. Es geht gar nicht ums Lied. Rainer, warum hast du Schwule? Was, warum ich Schwule habe? Hast. Achso. Ich hasste überhaupt keine Schwule. Ich bin bisexuell, du Pfosten, Alter. Wird ich dir mal aufhören, solche Lügen zu erzählen? Das Haus gehört nicht mir. Das Haus wird versteichert. Du wirst zwangsgeräumt. Ich. 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 Ich werde es ganz langsam machen für alle Hater. Ich bin der Drache. Hä? Das Haus. Haus. Meins. Haus meins. Für alle Hater. Ganz langsam. Haus meins. Ich. Mein Haus verkaufen. Capito, ihr Passis. Und ihr habt es absichtlich falsch gesagt. Ach Leute, solche Kasper. Das ist noch zu schnell. Wahrscheinlich. Ja gut. Gut möglich. Ha ha ha. Oh. Jammer geohnt. Die Leute immer meinen, sie können an meinem Ego was kriegen, wenn sie meinen, ich bin feige. Ach Leute. Werde da wachsen. Ich bin 26. Ich habe kein Problem damit, wenn mich jemand für feige hält. Habe ich mein ganzes Leben lang jetzt gehabt. Das werde mich nicht durch irgendwas produzieren lassen, weil jemand meint, ich bin feige. Weil ihr seid nämlich die wirkliche Feiglinge, ihr Mr. Anonymes. Ne? Ihr Spackos. Die Dummheit der Hater kennt mir wieder keine Grenzen. So wie gesagt, ich werde dann noch zwei CDs rüberziehen auf meinen Rechner. Und danach werde ich Essen machen gehen. Und werde dann um 20, 21 Uhr wieder online sein. Je nachdem wie es hinhaut. Wahrscheinlich werde ich erst um 21 Uhr wieder online sein. Und dann geht es los mit Rammstein. Lecker. Ja, Lasagne. Was? Spaghetti mache ich mir. Spaghetti mit Hackfleisch. Ach ja, und einen Salat muss ich mir auch dringend machen. Muss ich dann gleich mal meine Sachen packen und mitunternehmen. Sonst liegen die wieder hier ewig rum. Das kommt nicht zusammen auf den Teller. Ich habe zwei Schüsseln. Ich esse sowieso meistens aus Schüsseln, weil das einfacher für mich ist. Ich pack das in zwei Schüsseln. Und das eine ist Salat. Und das andere sind die Nudeln mit der Soße. Basta. Mach Nudelsalat. Das ist eine gute Idee, ja. Bringt nur nichts, wenn ich eine Hackfleischsoße mache. Weil eine Hackfleischsoße mit Nudelsalat, das bringt nichts. Das schmeckt wahrscheinlich auch nicht besonders. Und ich habe außerdem, ich habe Gurken da. Paprika. Ich habe Paprika. Ich könnte eigentlich Nudelsalat. Nee, aber weil ich habe keine Wurst da. Gibt es bei dir Burger King? Burger King. Naja. Was heißt bei mir? Ist schon ein bisschen weiter weg. Aber ich esse sowieso nicht so gerne so Burgerscheiße. Das ist einfach total ungesund. Ich kann das nicht ausstehen, ey. Ich esse das schon. Also versteht mich nicht falsch. Ich mag das auch. Aber ich esse es total ungern eigentlich, weil es total Schande ist. Ich mag das nicht. Fressen tue ich sowieso nicht. Fressen tun nur Schweine. So wie du. Ich esse. Hau die Hater meine auf das Maul, dass sie fallen in ihre dumme Gesicht herein. Bitte droh doch nicht wieder mit Gewalt. Ich droh überhaupt nicht mit Gewalt. Aber wenn du Spasti das wieder als Gewaltung siehst, dann hast du selber hier nichts verloren. Tschüss du Kacka. Die Hater haben auch nichts zu lachen. Die Typen lachen sich sowieso einen Arzt. Da kann man sagen, ey ihr Sparkus. Lachen sie erst mal ab. Weil sie dumm sind. Weil sie denken, oh du habt mich erwähnt. Ich hab in meinem Leben nichts anderes als mich darauf zu freuen. Das Dachenlob nicht erwähnt. Das ist schon an und für sich traurig, oder? Ja, ich hab ein Handy. Ich bin voll modern. Ich bin voll der Prahler und Protzer, Alter. Ich hab voll das Bling Bling. Hoi Drachiii. Du musst halt Drachis sagen, weil alle die hier zuschauen sind Drachis. Hallo Drachis. Besser. Erdbeerwinkel. Oh, da ist meine Erdbeerchen. Servus du Schlampe, alles klar. Bitte um Verzeihung für die Jüngeren. Natürlich darf man das nicht sagen. Prostituierte. Bitte um Verzeihung. Lässt sich dafür bezahlen. Oh, Drache. Verteilt. Was Genickbrüge. Was Genickbrüge. Genickbrüche. Genickbrüche. An Erdbeerchen. Und ich danke euch für einen schönen Abend. Für einen schönen Einstieg. Und dann in einer Stunde ungefähr sehen wir uns wieder. Dann allerdings unter dem Hashtag Deutsch. Musikdeutsch. Haut rein. Und Tschüss. Und Hater. Euer Kindergarten nervt. So, und damit herzlich willkommen zum Rammstein-Abend. Und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Rammstein. Rammstein ist eine Band, wo man sich sehr viele Gedanken über die Band machen sollte. Über die Texte, was wir singen. Denn nahezu jedes Lied hat irgendwie einen kulturellen Hintergrund. Oder hat irgendwie grundsätzlich irgendwelche Hintergründe in den Musik oder in den Liedern oder in den Texten. RBS hat mehr als nur Abos gekauft. Reinst der Kindergarten. Seht euch mal den alten Nachmacher an. Regenbogen Schaf hat seine Abos auch gerade verborgen. So ein lächerlicher Witzbold, Alter. Ohne Scheiß. Der muss alles nachmachen. Wie kann man so ein Kleinkind sein? Ich kapier's nicht. Hat er kein eigenes Leben? Heul, Lord. Ja. Mach dich auch sehr, als ob ich heul. Und wenn er 100.000 Abos kauft, sind es immer noch keine echten Leute. Und geben ihm keine Klicks. Und selbst wenn. Herzlichen Glückmutsch, RBS. Du bist der dümmste Hater, den es gibt. Und der größte. Dass die Hater nicht begreifen, dass das Sperm nichts mehr bringt von mir. Ich glaub zwar noch nicht daran, aber ich hab angeblich ein Bild von RBS gefunden. Oder bekommen. Dann schauen wir jetzt mal, ob das stimmt. Bei mir sind Spaghetti mit Hackfleischsoße. Und nachher gibt's noch einen Salat. Aber ich glaub, das schaff ich eh nicht ganz. Guss. Bin ich aber satt, ey. Boah, verdammt. Ich hab an Silvester gar nichts vor. Regenbogenschaft, du bist der hässlichste, dümmste, hässlichste, fetteste Drecksack, den es auf diesem Planeten gibt. Von wegen hübsch. Und ich hab das nicht aus dem Chat gelesen, sondern von deinem Cashflow von Facebook, von Twitter-Profil. Und ich find's immer wieder lustig, dass du immer wieder versuchst, Leute dazu zu bringen, dass die hier rumspammen. Es sind immer bloß drei oder vier Leute, die hier rumspammen. Von über 350 Zuschauern. Merkst du ja langsam selber, wie erbärmlich du bist? Jämmerlich. Ich muss dir bei Zeit mal erklären. Ich kann dir mal erklären, was Regenbogentyp ist. Das kann ich auch hier im Stream machen. Regenbogenschaf ist ein erbärmliches, kleines Würstchen, das aus irgendeinem unerfindlichen Grund sauer auf mich ist. Weil ich irgendwie ihm mal unzurecht... Weil ich ihm irgendwann mal... Weil ich ihm irgendwann unzurecht mal irgendwie geblockt hab, gebannt hab, weil er rumgespampt hat oder Scheiße gebaut hat. Und er fühlt sich jetzt in seiner Ehre... ...die nicht exklimatisch dabei bemerkt... ...verletzt. Und deswegen macht er Videos und hatet mich wie die Dreckssau. Von allen Hatern ist er der Größte. Er ist vielleicht dümmer und hässlicher und gleichzeitig beknackter und geschädigter kann man gar nicht mehr sein. Und ich bitte dich, Regenbogenschaf, du solltest echt zum Therapeuten gehen. Du bist so ein Hörngestörtes Arschloch. Ja, dass mir jeder Mensch mit solchen Krankheiten echt leid tut, dass jemand wie du das auch ist. Du bist ein erbärmliches, kleines Würstchen. Und boah, hab ich dich jetzt gedisst, Alter. Aber alles, was ich gesagt hab, mein ich ernst, du armes Würstchen. Geh zum Therapeuten, lass dich untersuchen, du Spasti. Denn, ganz ehrlich, sie hat irgendjemand ins Hirn geschissen und hat vergessen umzurühren, dass die Scheiße auch im Hirn ankommt. Der Typ hat einfach nur ne Macke. Wie ich Weihnachten feier... Keine Ahnung. Jetzt noch ein bisschen hin. Alle, die sagen, dass du keine Zähne fußt haben, Karies. Das ist auch eine geile Aussage. In welcher Schule hast du Kampfsport trainiert? Ich hab in gar keiner Schule trainiert. Das sagt Regenbogen Scharf auch immer zu seinen ganzen Fan-Girls. Küss mich! Denn mit mich kann ich küssen! Regenbogen Scharf, du bist ein erbärmliches Würstchen. Und du hast gedacht, dass es Jetzela noch einfacher war für dich? Jetzela werd ich dich richtig wegdissen, Alter, du Spacko! Jo, Grüße gehen draußen an Regenbogen Scharf. Servus, du Spacko! Küss mich! Lippen! Küss mich! Lippen! Küss mich! Kürzen wir auf Logo rumchecken? Nur am Bier saufen. Ich hab heute nur zwei Bier gesoffen und das ist auch das letzte Bier, was ich hab. Danach hab ich kein Bier mehr. Das ist meine letzte Flasche. Befehle ich dir! Wende deinen Glitzsaft von mir! RBS! Du bist zur Scheiße! Und hässlich! Jaaa! Weißt du? Die Sache, dass ich Regenbogen Scharf disse, ja? Sorgt dafür, dass ich hier über 400 Zuschauer zum Teil hab. Also RBS, komm vorbei! Nimm dich durch, Alter! Deine Rosette wird brennen! Oh Gott! Hahaha! Oh Mann, Alter! Wahrscheinlich guck dir gar zu oder vor! Ja! Ich komm gleich! Die Hater kochen heute auch gleich. Ja, die kochen über! Oder vor Wut! Ich komm noch mal nicht streamt. Ja, natürlich streamt der, weil ich streame. Der Lappen, der kann ja nichts selber machen. Der muss ja immer mich kopieren, der Kasper. Neulich war er hier und wollte durchgenommen werden. Ey, der Typ, der hat nicht einmal einen Halbschleifen gerichtet. Echt jämmerlich. Ach, Regenbogen scharf auf Hitbox. Das ist nur die nächste Stufe seiner Dummheit. Was fühlst du? Was? Fühlst du? Was macht die Frau? Leute, wenn euch der Stream gefällt, haut ruhig ein paar Likes raus. Ich bin voll müde, ey. Die Fristung macht dich junger. Ja, ich weiß, das sagen mir viele in letzter Zeit, ey. Das heißt, in letzter Zeit, ich hab's ja jetzt gestern. Der Regenbogen scharf, hat auch dauernd Sehnsucht nach mir. Wenn ich mal in der Woche nichts streamen oder nichts mache, in der Woche oder zwei Wochen, dann hat er auch muss Sehnsucht nach mir und schreit. Nein, wo bist du? Ich kann es ohne Weg. Du Lappen. In Nürnberg wird morgen ein EMP-Shop eröffnet? Ernsthaft? Wusste ich gar nicht. Was ist denn mal? Wenn sie mich eingeladen hätten oder wenn sie mich einladen würden, würde ich schauen, dass ich hingehe, ja? Was ist das für eine Shisha? Eine ganz billige Shisha. Oh, auf Logo mal wieder rumchecken. Auf Logo habe ich wieder Nachrichten. Drache RBS Stream wurde auf Hitbox dicht gemacht. Wundert mich nicht. Ich bin auf Hitbox Partner und die von Hitbox kennen mich durch meine Partnerschaft natürlich. Und da wundert es mich überhaupt nicht, dass die das dicht gemacht haben. Heute kein Honigwald. Der steht schon bereit, mein Lieber. Der steht schon bereit. Ich trinke nur meine Flasche Bier gar fertig. Die ist fast leer. Halbe leer ist er schon. Das ist meine letzte Flasche, deswegen genieße ich sie ein bisschen. Ich bin voller Snapchat-Suchti. Ich schaue immer Snaps an, aber ich schaue immer selber sehr selten snappen. Also Leute, ihr habt noch eine Stunde Zeit für noch 2000 Likes. Dann bleibe ich noch bis 20 Uhr. Was ich noch kann vom Kampfsport, ist kein Kampfsport im eigentlichen Sinne. Also es ist keine Kampfsporttechnik mehr. Ich kann noch ein paar Sachen aus meinen früheren Zeiten. Ich habe ein bisschen Karate gemacht. Komfort habe ich ganz minimal gemacht, weil es ist nicht so mein Stil gewesen. Ich habe überwiegend Motai gemacht. Motai und Karate hauptsächlich. Ich habe noch ein paar andere Sachen gemacht, aber das ist eigentlich alles nicht der Rede wert. Kung-Fu ist eigentlich auch nicht der Rede wert. Mein Bier ist fast alle. Ich glaube langsam Zeit für... äh... Mäht. Erstmal Mäht aufmachen. Ach, die ist ja fast leer. Na lol. Wurdest du mal aufhören hier meine Adresse zu posten, du Spacko? Toll, jetzt habe ich meinen Topf in zwei Teile gelegt. Oder Kopf, wie auch immer. Zum Glück habe ich davon mehr als einen. Zum Glück habe ich immer Wichstücher neben... neben dem Bett liegen. Ich bin ja Franke, das sagt man doch. Ich bin ja Bayer. Oder ich komme aus Bayern, aus Franken. Darf man hier geschützte Musik spielen? Sorry, habe ich keine Ahnung. Äh, man darf hier Musik spielen, ja. Das ist, weil, äh, YouNow gibt Abgaben im Gegensatz zu YouTube an wie GEMA. Und dann darf man das. Hab ich mich extra damals... äh, hab ich mich damals extra dafür informiert. Das würde euch sowieso nichts bringen, wenn ich mit euch schreiben würde, weil das, was ich suche, sucht momentan wahrscheinlich kein Mädel von euch. Meine feste Beziehung will ich im Moment nicht mehr, weil ich keinen Bock mehr auf diesen Scheiß hab. Weil jedes Mal werde ich da bloß verarscht. Und ich habe ein Loch in der Hose, den merke ich gerade. Rieche gleich nach Fisch. Hahaha, Entschuldigung. Nein, ich bin nicht betrunken, für alle, die es glauben. Bisschen, was halt ich schon aus. Ich rieche nicht nach Fisch. Ich habe jetzt geduscht, Leute. Also entdusche ich nachher vorm Schlafen gehen auch nochmal. Ich lege mich doch nicht dreckig ins Bett. Pfui. Oh, ich muss mal wieder auf meinem Schwulenportal schauen, ob ich eine Anfrage von dem Kerl habe. Oh. Du sollst kein Posten. Das ist bei mir eine Standardregel, die immer gilt. Da brauchst du gar nicht fragen. Es wird kein Link gepostet. Sie werden bei mir keine Links gepostet. Das habe ich schon tausend Mal gesagt. Ich glaube, wisst ihr was? Ich glaube, ich werde es jetzt echt so machen, nach dem Streamen werde ich jetzt duschen gehen. Dann flanke ich mich auf die Couch und schaue noch Iron Man 2 und wahrscheinlich penne ich dabei ein. So, dann wünsche ich euch eine gute, wunderschöne, lange und vor allem geruhsame Nacht. Ich bin beim nächsten Mal wieder da. Und Metal on. Bis zum nächsten Mal. Euer Drache. Haut rein. Tschüss. Liebe Hater. Jetzt habt ihr richtig Scheiße am Arsch. Wegen Brand und so weiter. Ihr glaubt doch nicht, dass ihr damit davon kommt. Alter, dieses Mal habt ihr echt zu viel Scheiße gebaut. Jetzt aber fliegt ihr raus. Das schwöre ich euch. Jetzt erwischen wir euch. Das war's, Alter. Das kann nicht sein. Ey. Ohne Dreck, Alter.